Ostheimer Aarcock bietet Ihnen alles aus einer Hand, rund um die Oberflächenveredelung und Beschichtung. Wir lackieren Prototypen, Klein- und Mittelserien bis hin zu Großserien, vom kleinsten Teil bis hin zu Groß- und Schwerteilen. In unserer Tochtergesellschaft in Nowa Ruda in Polen stehen 120 ausgebildete Fachkräfte für die perfekte Vorbehandlung der Oberflächen zur Verfügung. Sie trägt entscheidend zur Qualität und Haltbarkeit der Beschichtung bei. Unsere hochwertig veredelten Bauteile entdecken Sie überall. In der Automobilindustrie, in Wohnmobilen sowie in Nutzfahrzeugen, bei der Bahn oder im Maschinenbau. Kurz überall dort, wo Oberflächen belastbar sein müssen und darüber hinaus top aussehen sollen. Ob bei der Reinigung, dem Schleifen, Spachteln und Grundieren oder bei speziellen Kunststoffvorbehandlungen. Unsere Mitarbeiter tun alles für Qualität und Haltbarkeit ihrer Beschichtung. Höchste Ansprüche erfüllen wir mit unserer Oberflächen der Oberflächen, der Oberflächentechnologie in der Luftfahrtindustrie. In keiner anderen Industrie sind die Anforderungen an Verarbeitungsqualität und Methoden oder Materialien so hoch. Die Oberflächen halten täglich härtesten Beanspruchungen stand und erfüllen über Jahre hinweg ihr Eigenschaftsprofil. Mit diesem Know-how haben wir uns einen Namen gemacht. Unser Hauptsitz mit Produktions- und Verwaltungsgebäude und 30 Mitarbeitern befindet sich in Bad Waldsee, im Herzen von Baden-Württemberg. Hier lackieren und beflocken wir ihre Oberflächen nach höchsten Qualitätsstandards. Nutzen Sie unsere jahrelange Erfahrung. Wir wählen das für Sie wirtschaftlichste Lackiersystem ganz nach Ihren Anforderungen an Oberfläche und Beständigkeit, ob hochwertige Nasslackierung oder professionelle Pulverbeschichtung. Fundiertes Know-how, hochtechnologische Anlagen sowie innovative Verwaltungsgebäude, Fertigungsmethoden und ausgereifte Materialien sind unsere Stärken auf dem Gebiet der Industriebeflockung. Wir haben die Beflockungslösung für Ihre Anforderung. Ob innovatives optisches Design, vielfältige farbliche Gestaltungsvarianten, angenehme Haptik sowie verbesserte Geräuschdämmung, funktioneller Flächenschutz und rutschfeste Oberflächen. Mit der Formteilbeflockung, Flächenbeflockung, Designbeflockung über die elektrostatische Beflockung bis hin zur elektrostatisch-pneumatischen Beflockung veredeln wir nahezu jede Oberfläche und verleihen ihr wertvolle Eigenschaften und eine einzigartige Optik für ihren ganz speziellen Einsatz. Stellen Sie uns auf die Probe. Wir wissen, dass unsere beflockten Oberflächen höchsten Belastungstests standhalten. Unsere hochwertig veredelten Bauteile finden Sie in der Automobilindustrie, in Wohnmobilen sowie in Nutzfahrzeugen, bei der Bahn oder im Maschinenbau und überall dort, wo Oberflächen belastbar und optisch hervorragend sein müssen. Ostheimer Aarcock Unser Anspruch ist, das Beste aus Ihrer Oberfläche zu machen.